Und zu unserem Tagesgespräch begrüße ich jetzt Eva Högl, SPD-Politikerin und Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Erstmal einen schönen guten Tag nach Berlin. Schönen guten Morgen. Frau Högl, Beate Zschäpe bricht Ihr Schweigen. Was denken Sie nach so langer Zeit, warum will Sie das jetzt machen? Ja, wir warten natürlich alle ganz gespannt darauf, was der Anwalt von Beate Zschäpe erklären wird. Und wir hoffen alle miteinander, dass ein paar der Fragen, die im Raum sind, durch diese Erklärung auch beantwortet werden. Beispielsweise waren es mehr als der NSU, wer waren die Unterstützer, wer waren die Helfer? Und vor allen Dingen auch ist wichtig für die Familien der Opfer zu erfahren, wie wurden die Opfer ausgewählt. Welche Fragen müssen denn Ihrer Meinung da jetzt dringend von ihr geklärt, beantwortet werden? Und wird es auch dazu kommen? Also es ist natürlich so, dass Beate Zschäpe gut beraten ist, jetzt auch mal ein paar Fragen zu beantworten. Allerdings frage ich mich, was das für eine Prozessstrategie ist. Sie hat ja bisher geschwiegen und die Beweise sind zusammengetragen worden. Es hat sich verdichtet, dass sie Mittäterin ist. Das ist in den fast 250 Prozesstagen schon deutlich geworden. Deswegen weiß ich gar nicht genau, warum sie sich jetzt erklärt. Aber was für uns wichtig ist, ist die offenen Fragen zu beantworten. Ich sagte es schon, wie wurden die Opfer ausgewählt. Das ist für die Familien, für die Angehörigen sehr wichtig zu erfahren. Gab es ein breites rechtsextremes Netzwerk? Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass Beate Zschäpe weitere Namen nennen wird und eventuelle Mittäter oder Unterstützer namentlich benennen wird. Und eine weitere Frage ist natürlich, gab es Unterstützung von anderer Stelle? Wie sieht es aus? Warum konnte der NSU so lange unentdeckt bleiben und untertauchen? Haben Sie denn die Hoffnung, dass es zu einer Kehrtwende auch in dem Prozess kommen könnte? Das wäre natürlich einerseits wünschenswert, dass diese Fragen beantwortet werden. Allerdings will ich nicht von Kehrtwende sprechen. Denn in diesen fast 250 Prozesstagen wurde schon viel zusammengetragen, was verdichtet, dass Beate Zschäpe Mittäterin ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Angeklagte auch entsprechend verurteilt wird, ist mit jedem Prozesstag gestiegen. Deswegen frage ich mich natürlich auch, was das für eine Prozessstrategie ihrer Anwälte ist, jetzt nicht mehr zu schweigen. Sondern sich gegebenenfalls auch zu belasten, sich zu erklären. Und es wäre natürlich auch besser, sie würde sich selbst erklären und dann auch Fragen beantworten. Neuer Anwalt, neue Strategie, könnte man sagen. Zschäpe hat jetzt inzwischen einen weiteren Pflichtverteidiger beantragt. Ihre vorherigen Verteidiger, die hatte sie sogar angezeigt. Der Prozess ist schon oft sehr scharf kritisiert worden. Ein Juristenzirkus und ein Kasperle-Theater sei das, hat man da unter anderem gehört. Wie bewerten Sie diesen Prozess grundsätzlich? Also ich war selbst auch an einem Prozestag da, Prozestag 222 beim Oberlandesgericht München. Und ich muss Ihnen sagen, das, was ich bisher verfolge von dem Prozess aus der Entfernung, aber auch der Eindruck von dem einen Tag, an dem ich selbst dort war, ist, dass der vorsitzende Richter, der gesamte Senat des Oberlandesgerichts diesen Prozess ausgezeichnet führt. Dass es sehr souverän gefragt wird, dass alle Beteiligten sich um den Ernst der Lage wissen und auch bewusst sind. Und es ist eben so, dass schon rausgekommen ist, dass Beate Zschäpe doch einen hohen Anteil daran hatte, an den Morden und Sprengstoffanschlägen, dass sie die Normalität gesichert hat für das Terror-Trio und die Unterstützer. Und auch damit einen wichtigen und wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass das Terror-Trio morden konnte, Sprengstoffanschläge verüben konnte und Banküberfälle verüben konnte. Der Prozess ist das eine, die politische Aufarbeitung das andere. Es gibt jetzt einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Was kann der möglicherweise Neues herausfinden? Ja, wir sind zu der Erkenntnis gelangt, hier im Deutschen Bundestag, dass noch viele Fragen offen sind. Und zwar interessiert uns hier in Berlin insbesondere das rechtsextreme Netzwerk. Wir hatten beim ersten Untersuchungsausschuss im Bundestag nicht genügend Zeit, das breite rechtsextreme Netzwerk unter die Lupe zu nehmen. Wir gehen davon aus, dass der NSU nicht nur die Unterstützer hatte, die wir schon kennen, sondern auch vor Ort viele Rechtsextreme an den Taten beteiligt waren. Und das wollen wir besonders beleuchten, insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse. Die rechtsextreme Szene macht wieder mobil, sie ist stark vernetzt und das wollen wir uns angucken. Und außerdem ist immer noch ungeklärt, gab es weitere V-Leute, auch das wollen wir uns genau anschauen. Hatte der Verfassungsschutz doch mehr Informanten, als wir bisher kennen. Und wir wollen uns natürlich auch genau anschauen, noch einzelne Tatorte, beispielsweise Heilbronn, den Mord an Michel Kiesewetter oder auch die Selbstenttarnung des NSU am 4.11.2011. Der erste Ausschuss hat im August 2013 seinen Abschlussbericht vorgelegt. Was ist denn seitdem an neuem Wissen jetzt nochmal konkret dazugekommen, beziehungsweise wieso hat es denn dann überhaupt so lange gedauert, einen neuen Ausschuss ins Leben zu rufen? Wir haben uns das natürlich sehr schwer gemacht, einen zweiten Untersuchungsausschuss hier ins Leben zu rufen, weil ein Untersuchungsausschuss natürlich ein Tanker ist. Es setzt bestimmte Prozesse in Gang, Akten müssen zusammengestellt, werden Zeugen vernommen. Wir haben versucht, die ersten zwei Jahre in dieser Legislaturperiode im Innenausschuss bestimmte Fragen zu stellen. Und wir sind an unsere Grenzen gelangt. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen ein paar neue Erkenntnisse in einem neuen Untersuchungsausschuss beleuchten. Und was wir auch machen wollen, ist, wir wollen schauen, was ist eigentlich seit dem 4. November 2011 in unseren Sicherheitsbehörden verändert worden. Wir haben ja nach dem ersten Untersuchungsausschuss eine Reihe von Reformen vorgeschlagen. Wir haben 1300 Seiten vollgeschrieben mit Empfehlungen und Hinweisen auch für die Sicherheitsbehörden. Und wir werden uns in diesem zweiten Untersuchungsausschuss angucken, wie die Reformen bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, auch in der Justiz, wie sie gewirkt haben, was noch auf den Weg gebracht werden muss und was schon erreicht wurde als Konsequenz aus diesem doch schweren Versagen vieler Beteiligter. Eva Högl, vielen Dank für dieses Gespräch.